phoenix nachgefragt heute mit lenz jakobsen von zeit online guten tag in die hauptstadt also das ist natürlich das große thema an diesem montag die situation in österreich bundespräsident van der bellen sagt das ist nicht österreich was sich da gerade abspielt herr jakobsen trotzdem jetzt mal unter dem strich und ganz generell gefragt was bedeutet diese ibiza affäre für die politische kultur in unserem nachbarland es ist ein weiterer tiefpunkt ich denke da haben die von ihnen zitierten auch herr maas ja durchaus recht man muss aber auch dazu sagen dass was herr strache da gemacht hat ist auch nichts was sich notwendigerweise und unvermeidlicherweise aus seiner politischen ausrichtung als rechtspopulist ergibt ergibt also das was psycho master gerade versucht hat herzustellen den zusammenhang er ist rechtspopulist deshalb war das irgendwie absehbar dass er sowas tut und es ist und es sind alle rechtspopulisten deswegen gleich böse diesen zusammenhang den sehe ich so direkt nicht aber für die politische kultur ist das natürlich ein absoluter tiefpunkt man muss dazu sagen die österreichische politik hatte in den vergangenen wochen monaten und jahren ja schon einige tiefpunkte hinter sich also es gibt einige affären die gerade die fp ö schon in österreich veranstaltet hat und die der regierung in den letzten zwei jahren seitdem es sie gibt seit anderthalb jahren ungefähr zu schaffen gemacht haben was sind das für für affären die die fp ö in österreich sich geleistet hat um es mal so zu formulieren was hinter die wichtigsten punkte naja zum beispiel der innenminister der jetzt entlassen werden soll herr kickl der ja als chef ideologe der fp ö gilt der hat seinen eigenen verfassungsschutz durchsuchen lassen und unter anderem akten der referatsleiterin beschlagnahmen lassen die für extremismusbekämpfung zuständig ist und bis heute steht der verdacht im raum der ist nicht widerlegt dass er damit vor allen dingen herausfinden wollte gegen welche seiner freunde also rechte burschenschaftler und andere rechtsextreme der eigenen verfassungsschutz ermittelt also da haben wir einen innenminister der den eigenen verfassungsschutz versucht von seinen freunden wegzubringen das zumindest ist der verdacht das ist der größte skandal jetzt hat strache sich ja in dem video als verführbar gezeigt es gab eine kombination mit urlaubsgefühlen und alkohol offen offensichtlich also eine schwierige situation die sich daraus für ihn ergeben hat das führt jetzt aber auch zu diskussionen darüber abgesehen davon von dem was er da politisch äußert und sich eben als verführbar darstellt was dürfen denn sozusagen solche ich sag jetzt mal geheimdienstlichen aktionen darf man die überhaupt durchführen interessant ist dazu die stellungnahme von dem baden würden baden württembergischen datenschutzbeauftragten stefan bringt er sagt zitat wenn wir politische gegner hintergehen ihre privatsphäre verletzen und sogar kriminelles unrecht begehen schaden wir letzten endes unserer politischen kultur und damit uns allen was halten sie davon ich finde derjenige der hier am ehesten der politischen kultur geschadet hat ist immer noch erstrache das darf auf gar keinen fall in hintergrund geraten wenn man darüber diskutiert was ich auch interessant finde wer dieses video erstellt hat ich glaube dass es nicht vollkommen neu ist dass irgendwelche akteure wir wissen ja nicht wer es war so genanntes kompromat erstellen also material mit dem man politische akteure dann bei gelegenheit in verruf bringen kann ihre karriere wie jetzt bei strache ja wahrscheinlich der fall beenden kann das gab es immer schon dafür sind geheimdienste da muss man so direkt zu sagen ob es in diesem fall ein geheimdienst war oder ein anderer akteur das ist ja noch unklar ich glaube am inhalt des videos und an der politischen tragweite ändert das auch nichts wer es war aber natürlich macht es einen unterschied ob es beispielsweise deutsche aktivisten oder ein deutscher komiker war oder ob es ein ausländischer geheimdienst war klar und das wird in den nächsten wochen sicherlich noch in das zentrum der diskussion rücken wenn der eigentliche strache skandal sich erledigt hat dadurch dass sie neu waren ja schon ausgerufen wurden nächsten sonntag gibt es europa wahlen wir haben ja aus minister maas schon gehört sie haben es auch schon angedeutet fragen wir mal etwas übergeordnet welche konsequenzen ergeben sich aus diesen ibiza tapes aus dieser ibiza affäre in wien für die europäischen rechtspopulisten die ja eine sogenannte allianz schmieden wollen richtung brüssel ja das ist natürlich nicht so schön für die also herr strache hat gefehlt bei dem letzten treffen dieser europäischen rechtsextremisten jetzt gerade erst am wochenende in mailand die fb öster kein unwichtiger mitspieler und natürlich wird das abfärben auf sie also wenn man sieht wie der parteivorsitzende jörg meuthen gestern abend in der sendung bei anne will versucht hat sich aus dieser falle heraus zu manövrieren und so getan hat als ginge es da eigentlich nur um dass die verfehlungen von ein zwei leuten nämlich von herr strache und von gudenus und als habe das nichts mit grundsätzlichen eigenschaften von rechtspopulisten zu tun nämlich sich einerseits nach außen hin als absolute saubermänner hinzustellen die jetzt mal wirklich aufräumen und auf gar keinen fall noch korrupt sind und auf der anderen seite aber danach in sehr sehr machtbewusst sind und sehr sehr viel zu tun was auch ins illegale hineinreichen kann in manchen fällen um diese macht zu bekommen und um diese macht für sich und ihre gefährten zu nutzen das finde ich schon bemerkenswert und ich glaube dass die rechtspopulisten da in den nächsten wochen und monaten probleme haben werden andererseits muss man auch sagen sie man sieht ja schon wie sie versuchen aus dieser falle herauszukommen also einerseits sagen sie das waren nur zwei leute das ist nicht typisch für die fb oder für rechtspopulisten insgesamt und andererseits sagen sie wer hat dieses video eigentlich erstellt vielleicht sind wir da opfer geworden einer kampagne die gegen uns gefahren wurde wenn sich dieses narrativ durchsetzt dann könnte es darauf hinauslaufen dass auch die rechtspopulisten in den anderen ländern am ende vielleicht gar nicht mehr so schlecht dastehen wir haben ja heiko maas schon angesprochen eine andrea nahles die spd-chefin sagte am wochenende ja das sei auch ein produkt sozusagen der politik der konservativen mit mit blick auf österreich die hätten also die rechtspopulisten stark gemacht ich würde gerne zum schluss noch ein bisschen genauer auf die spd schauen da gab es ein wochenende angeschoben von der zeitung die welt so ein gerücht dass wenn die wahlen am wochenende schlecht ausgehen sprich die europawahlen und die wahl in bremen das spd-chefinales abgelöst werden sollte von einem abgeordneten aus nordrhein-westfalen namens achim post was hören sie rund um den bundestag was ist da dran die nervösität bei der spd entschuldigung die nervösität bei der spd ist ja schon seit wochen etwas groß sagen wir mal die versuchen ja eigentlich schon seit monaten aus dieser großen koalition perspektivisch rauszukommen und das ist eine weitere kleinere episode da drin würde ich sagen die spd liegt in den umfragen hinter den grünen bei den europawahl umfragen die in einer woche stattfinden die wahlen und ich glaube dass frauen die zufriedenheit mit frau nahles in der partei sicherlich nicht groß ist aber man muss auch sagen es geht auch nur um ihre ablösung als fraktionsvorsitzende also niemand stellt in frage dass sie erst mal parteichefin bleibt ich glaube nicht daran dass er post das nach der wahl übernehmen wird dafür scheint mir die rückendeckung in der breite der fraktion für andrea nahles auch zu hoch es würde ja auch sehr schräg wirken frau nahles ist noch nicht all zu lange im amt wenn man sie jetzt schon wieder absägen würde also man kann nicht einer vorsitzenden so viel vertrauen entgegen bringen und ihr dann so wenig zeit lassen um daraus etwas zu machen ich glaube nicht dass es dazu kommt ich glaube aber dass wir nach der europawahl in der gesamten großen koalition ein bisschen unruhe sehen werden wie man mit diesen schlechten ergebnissen für die spd und auch mit dem wahrscheinlich nicht allzu guten ergebnissen für die cdu umgehen wird und dass wir es sind ja auch schon entsprechende klausuren angekündigt auch der union in zwei drei wochen sicherlich darüber reden werden wie lange es diese koalition noch gibt ja das wird spannend denn nach der wahl ist dann vielleicht sogar das ende der koalition am horizont absehbar das werden wir dann noch sehen herr jakobsen vielen dank dafür und einen schönen tag noch in die hauptstadt in auch